Boah, ich habe einen Plan, aber ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich weiß es nicht. Ich werde nicht fertig. Ja, ist... Ich hätte gedacht, dass du schlechter bist, wenn ich ehrlich bin. Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir spielen heute wieder eine Runde Minecraft und mit dabei ist der süße und kleine Maxi. Was ist das hier? Warum ist das? Sorry, das war ich nicht. Maxify, wir spielen heute wieder ein Bauwerk in 5 Sekunden, in 1 Minute und in 5 Minuten bauen, meine Freunde. Und da Maxify ein extrem guter Spieler in Minecraft ist, dachte ich mir, ist es an der Zeit, dass wir hier in Fortnite einfach eine Ska bauen, oder? Genau so habe ich das richtig gesagt. Mein Gehirn funktioniert super. Maxify, bist du ready, mit mir eine geile Ska in 5 Sekunden, in 1 Minute und in 5 Minuten zu bauen? Ja. Okay, ich sage es mal so, in 5 Sekunden wird es extrem schwierig. Also eigentlich wird es tatsächlich unmöglich werden. Geil, Mann. Ja. Bist du jemand, der masterbildersmäßig extrem stark ist, oder? Extrem schlecht, genau. Nice. Dann komm mal hier rüber, schau mal hier hin. Hier, 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 hier. Ja. Wir fangen nämlich hier an. Ich zähle die 5 Sekunden einfach quasi so runter. Ich habe mir nämlich schon ein paar Gedanken gemacht. Kann ich fliegen? Wie bitte? Kann ich fliegen wie du? Das ist dann dein Problem, Alter. Ich kann dir da jetzt nicht helfen. Such dir schon mal deine Blöcke zusammen, das darfst du vorher machen. Ich habe meine schon mal zusammen gesagt. Hey, weg hier. Ich wollte, ey, ich wollte nur ein bisschen gucken. Nein, du darfst nicht gucken, das ist verboten. Okay, sorry, ist mir leid. Ich baue das jetzt hier zu, Alter, damit du hier nicht rüberkommst. So, zum Glück kannst du ja nicht fliegen und einfach drüber fliegen. So. Ja, Gott sei Dank. So, guck, jetzt stehst du nämlich hier. Jetzt kannst du nämlich nicht rüberkommen. Ey, nicht gucken. Geh weg. Du hast noch gar nichts gebaut. Okay, gut. Okay, bist du ready? Noch nicht? Ja, ich bin ready, aber ich muss noch die Steine raussuchen. Suchst du gerade die Steine raus? Ja. Such am besten kurz die Steine raus, oder? Ich suche jetzt ganz kurz die Steine raus, okay? Wenn ich du wäre, würde ich die Steine kurz raussuchen, Maxi. Ja, ich suche. Ich sage es so, wie es ist. Aha. Ich habe einen Plan, aber ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich weiß es nicht. Ich fange mir gerade zum ersten Mal alle Blöcke an. Ah! Ich habe einen Block, 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 Block... Egal, wir machen es einfach so. Gut, bist du ready? Noch nicht? Warte, warte, warte. Okay, 3. Ich gu- Ich- Ich kaufe ein bisschen länger. incorrupt. 1. Let's go. 1, 2, 3, 4 und 5. Stopp. Ich habe komplett reingeschissen. Ich habe komplett reingeschissen. Mein sieht aus wie ein Eisbär ein bisschen. Ja, ist eine Ska. Ah, kann man erkennen. Mit sehr viel Fantasie ist es klar. Kann man erkennen, Maxify. Guck mal, bei mir sieht es nämlich so aus. Ich wollte eigentlich noch den hier machen, so. Hätte dann noch gerne hier oben den hinzugefügt. Ja, ich wollte von mir auch so eine Dingsdra macht, so eine Spitze. Und hier so halt, dann hätte man das vielleicht erkennen können. Guck mal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt... Okay, pass auf. Okay, Maxify. Ich würde sagen, wir kicken direkt in die nächste Runde, okay? Ich muss auf die andere Seite. Eine Minute Zeit. Eine Minute Zeit. Ich starte die Stoppuhr, mein Freund, ja? Ich würde... Nein, du bist gut da drin. Du bist gut da drin, okay? Maxify, hey. Mach dir keinen Kopf, okay? Eine Minute Zeit haben wir, okay? Glaubst du, dass du eine Minute schaffst? Nein. Ich habe kein Zeitgefühl, ich bin schlecht. Okay, drei, zwei, eins und go. Okay, es läuft, es läuft, es läuft, Maxify, es läuft, die Zeit. Zeit läuft, die Zeit läuft, die Zeit läuft, die Zeit läuft, ne? Die Zeit läuft. Pixel Arts übrigens entwerte ich, ne? Ich sage es mal so, wie es ist. Wie Pixel Arts? Also so 2D-Dinger? Ja, ja, das muss zumindest zwei Blöcke breit sein. Also ich entwerte es nicht, aber ich sage mal so, ich hasse das einfach. Deshalb kann ich das leider nicht ernst nehmen. Also wenn du sowas baust, dann muss ich dich leider aus meiner Liste von Leuten, mit denen ich gerne aufnehme, rausnehmen. Weil ich es einfach hasse, weißt du? Du spielst mir gerne auf? Ja, würde ich schon sagen, doch, doch. Ja, sehe ich. Ja, oder? Danke. So. Wie viel Zeit haben wir noch? Du hast die ganze Zeit im Teile, aber ich weiß halt nie, wie viel Zeit... 30 Sekunden, 30 Sekunden, sorry, ich muss mir das angewöhnen, das zu sagen, Alter. Ich muss mir das unbedingt angewöhnen, das zu sagen, den Leuten. 30 Sekunden sind noch Zeit. Jetzt noch 20, 20 Sekunden Zeit. Oh mein Gott, Alter, ich werde nicht fertig. Ich werde nicht fertig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, 9 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Ah, meinst du nicht... Alter, meins ist auch nicht so gut geworden. Wer ist meins angucken oder deins? Ich komme mal rüber zu dir, ich komme mal rüber zu dir. Und wir gucken, Maxify. Ja, ist, äh, ist geil, ich sag mal so. Ähm, kann man so machen, Maxify. Meins sieht aber auch nicht besser aus, tatsächlich. Guck mal hier. Es ist halt, ne, es ist, es ist halt... Nicht so geil. Ja, ne, also es ist jetzt auch nicht besser. Es sieht ein bisschen besser aus, finde ich. Also, würdest du schon sagen, dass ich die Runde noch geholt habe? Ja, und die andere müssen wir wahrscheinlich auch holen. Ich hätte es einfach vorne ein bisschen länger bauen müssen. So, guck mal hier, so. Und dann hätte man halt hier noch und so. Alter, das Ding, wenn das so viel Zeit hat, Junge, dann... Ach, Mann, Alter. Oder, guck mal hier, ich hätte... Jetzt kommt halt wieder die Kreativität. Weißt du, wenn ich sie halt jetzt nicht mehr brauche, dann ist es halt wirklich super easy. Dann hat man direkt... Ach, Mann, Alter, Maxify. So ein Müll aber auch. Ist nicht schlimm, oder? Beim nächsten Mal wird es krasser. Ja. Oder? Meinst du, beim nächsten Mal rasieren wir jetzt? Hoffentlich. Wenn ich wird es traurig. Wir suchen uns nochmal die passenden Blöcke dazu raus. Ich glaube, ich kriege es nicht großartig besser hin, ne? Echt nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich habe nicht die Kreativität bei Minecraft, weil die ganzen... Ich kenne die ganzen Blöcke nicht auswendig. Warum lernst du dich nicht einfach mal auswendig? Ich habe dir doch schon mal gesagt, dass du dich einfach mal hinsetzen sollst, die Blöcke auswendig lernen sollst. Stimmt, hast du mal gesagt. Also, Maxify, du hättest es einfach tun sollen, ne? Ja. Du hättest dich einfach mal hinsetzen sollen und alle Minecraft-Blöcke auswendig lernen müssen. Boah, ist eigentlich eine gute Farbe für die Scar, ne? Besser als der Sandstorm. Wobei, der Sandstorm ist auch nicht schlecht. Ah, schwieriger Hase. Gibt es die Smooth-Sense... Oh, es gibt Smooth-Sense... Jetzt habe ich einen Vorteil, Maxify. Du hast es zum Glück nicht gehört, was ich gesagt habe. Ich habe nicht zugehört. Du hast wohl zugehört, ich weiß es aber. Du wirst mein Geheimnis nicht lüchten. Lüchten. Lüchten? Du wirst es nicht lüchten. Man kennt's, man kennt's. So, warte, ich suche mir schnell die passenden Blöcke dazu raus. Wir bereiten uns nämlich jetzt diesmal ein bisschen besser drauf vor, okay? Können wir Tag machen? Ich mag es nicht, in einer Zuwanderung haben wir Angst. Natürlich, mein süßer kleiner Spaß. Hast du Angst im Dunkeln? Ja. Wann hast du das letzte Mal geweint wegen Dunkelheit? Sei offen zu mir, sag ehrlich. Gestern Abend. Ich vorgestern. Naja, man denkt immer, wir YouTuber sind zu erwachsen. Blödsinn, wir sind alle richtige Kinder. Okay, also ich würde sagen, ich bin bereit. Ich hoffe mal, dass ich die richtigen Blöcke rausgesucht habe. Das wird einfach schrecklich gleich. Wir versuchen es einfach, okay, gut. Ich würde sagen, Zeit zurücksetzen. Zeit läuft in drei, zwei, eins und jetzt. Okay, fünf Minuten Zeit ab jetzt. Du kannst ja auf die Uhr gucken und ungefähr abschätzen, wie lange du jetzt noch Zeit hast. Aber ich kann doch, eigentlich müsste ich halt die Zeit irgendwie anders machen, dass man irgendwie einen Counter am Teamspeak oder sowas hat. Das wäre eigentlich viel fairer, ne? Tatsächlich, dass halt jeder irgendwie wissen kann, wie viel Zeit noch übrig ist. Aber egal, wir wollen es ja nicht fair gestalten, Leute. Wir wollen es ja so machen, dass ich gewinne. Da haben sie recht. Darum geht es ja in diesem Format hier. Darum geht es halt nur, ne? Dass ich hier gewinne, genau. Also eigentlich geht es auch nicht darum, dass Maxify eine gute Zeit hat oder Spaß hat, sondern nur darum, dass ich gewinne. Alles andere Bullshit. True. True. Meins ist sch*** aus. Okay, ich habe ja schon mal einen ganz guten Anfang gewagt, wollte ich gerade sagen. Meins ist hässlich. Meins ist wirklich hässlich. Meins? Ach Quatsch, Maxify. Du musst dir auch ein bisschen mehr was zutrauen, ne? Einfach mal sagen, ich bin gut, was ich tue und ich bin kein schlechter Spieler. Wir haben übrigens noch zwei Minuten Zeit. Äh, gar nicht. Was? Ich kann nicht lesen. Noch vier Minuten Zeit, Maxify. Ich wollte gerade sagen, heißt im Kack. Meins wird ein bisschen über dieses Grundstück hinausragen, aber das glaube ich nicht schlimm. Was? So groß? Aber welcher verloren? Ja, aber eine Ska ist ja eine lange Olga. Ja, nur eine lange Olga, das stimmt schon. Ich habe verkackt. Darf ich meins mit World Elite höher setzen, wenn ich verkackt habe? Ist das erlaubt? Ja, du bist Baby. Du das alles. Das ist voll nett von dir, weil ich habe nämlich komplett nicht nachgedacht. Ich bin nämlich geistig behindert. Ah, f*** die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die läuft immer weiter, immer weiter. Komm schon. Immer weiter, immer weiter. Das ist ein gutes Lied, was du da gerade singst. Danke, das ist neu. Das werde ich jetzt demnächst noch rausbringen. Nebende mir auch die Song. Voll nett, dass du das erlaubt hast, weil normalerweise hättest du auch sagen können, nein, erlaube ich dir nicht. Aber da sieht man wieder, Leute, Maxify ist ein cooler YouTuber. Nicht so wie Alpha Stein oder Standardskill. Die sind nämlich nicht cool. Merkt es euch, ja? Wenn ihr das nächste Mal YouTube-Video guckt, merkt euch das, dass die nicht cool sind, okay? Maxify ist cool. Yay. Hey, die Blöcke sind ja unterschiedlich hier. What are you talking about, my homeboy? Das ist wie bei so einem Baumstamm, wenn man den seitlich setzt, dann ist es ja auch seitlich hier irgendwie. Ein Baumstamm? Baumstamm. 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 Ich bin's, Julian Baumstamm, der YouTuber, Julian Baumstamm. Man kennt ihn. Man kennt ihn, man liebt ihn, man hat ihn. Ja, da haben wir hier das Magazin, Leute. So. Dann geht der Hase hier weiter. Zack, zack. Zack, 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 zack. Oh, ich hab eins zu tief gemacht. Kannst du hochmoven? Wie kann ich das alles hochmoven? Mit WorldEdit, mein Schatz. Ich kann das nicht, Refi. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, wir stoppen kurz die Zeit. Soll ich dir einfach helfen? Alter. Hex. Hex, oder? Dankeschön. Wir haben kurz die Zeit gestoppt, weil Maxify genauso dumm ist wie ich. Und ich würde sagen, es geht weiter. Noch zwei Minuten Zeit. Let's go. So. Oh mein Gott, ey. Ich muss aber auch schon richtig try iten, dass ich hier noch fertig werde. Wir haben ja auch ein bisschen Sorgen. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben. Noch eine Minute, Alter. Oha. Oh, oh. Jetzt wird's kritisch, Leute. Der kritische Hase ist am Start. Wir müssen gucken, dass wir es hinbekommen. Wir haben hoch, wer den kritischen Hasen noch kennt. Man kennt ihn. Ich glaube, ich schaffe meins nicht. Meinst du nicht? Nee, ich glaube nicht. Könnte meins noch hinbekommen. Oder wir erweitern einfach um eine Minute. Maxify, das ist leider gegen das Regelwerk. Also wir haben noch genau 50 Sekunden jetzt gerade. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Werde ich es noch schaffen in der Zeit? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. 3 Sekunden noch. 8 Sekunden, Maxify. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Äh, ja. Was denn? Meinst du nicht so schön geworden? Warum ist es das nicht? Weil ich nicht bauen kann. Okay, gut. Ich würde sagen, ich komme mal rüber und schaue es mir mal an, ja? Ich bin auch noch nicht 100%ig zufrieden und happy, aber egal. Ich komme mal rüber zu dir. Okay. Gucken wir zuerst, was du hier... Hä, ist doch voll gut geworden. Warte, der ist richtig gut. Hä, ist ja ultra gut. Guck mal, die andere Seite ist besser. Hä, ist ja richtig nice geworden. Das ist verhässlich. Oh mein Gott, ich glaube, das ist sogar besser als meins. Nein, niemals. Komm mal mit rüber. Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß es nicht. Guck mal hier. Hä, dann ist es viel kreativer. Oh, ich weiß es nicht, Alter. Aber guck mal, man hätte noch so viel hinzufügen können. Man hätte halt zum Beispiel noch hier halt... Also zum Beispiel habe ich den hier noch vergessen halt. Also den wollte ich eigentlich noch bauen. Den hier oben halt. Weißt du, dieses... Ah, das ist ja... Okay. Das ist richtig gut, so. So, der fehlte halt noch. Dann fehlte hier zum Beispiel der hier noch. Den habe ich halt komplett vercheckt. Ach, Mann, Alter. Aber Leute, ganz ehrlich, es ist schon hart. Also gerade halt Waffen zu bauen, finde ich immer übertrieben nice. Aber auch halt geisteskrank anspruchsvoll. Hä, dann ist das Thema besser als meins. Findest du wirklich? Meinst du irgendwie so, ja, ich spiele schon eine Woche Minecrafts und sowas kann man dann bauen? Nee, würde ich überhaupt nicht sagen, Alter. Holy... Das ist deutlich besser als ein Großteil der Leute, die schon Jahre Minecraft spielen, Digga. Keine Ahnung. Also ich bin mit meinem nicht ganz zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Aber deins ist crazy. Ja, aber ich bin irgendwie... Ja, aber es sieht ja nicht aus wie eine Scar. Weißt du, was ich meine? Es sieht... Ja, nicht zu 100%, aber es sieht aus wie eine geile Waffe. Die hätte ich gerne in Fortnite. Aber was würde diese Waffe dann können? One-Hit, oder? Äh, safe. Die kann auf jeden Fall One-Hit. Ja, gut, dann ist es spannend. Ja, Leute, ihr seht, ich bin da so perfektionistisch, Mann. Und ich könnte jetzt die ganze Zeit daran rumbauen, bis ich halt zufrieden bin, ne? Irgendwie komme ich damit nicht weiter. Also, Leute, ich würde sagen, es war eigentlich... Also, ich hätte gedacht, dass du schlechter bist, wenn ich ehrlich bin. Nett? Nee, also, nicht böse gemeint, aber ich dachte, dass du es gar nicht kannst. Aber du hast echt gut abgeliefert, muss ich sagen. Kein Plan. Also, Maxify, not bad at all. Guck mal hier, ich glaube, ich muss den Lauwauk ändern, Leute. Ah, ja, es geht schon, Leute, es geht schon. Also, es ist schon in Ordnung so. Keine Ahnung. Ich würde sagen, Leute, das war es auf jeden Fall von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr Bock auf mehr davon habt, lasst auf jeden Fall ein Däumelein nach oben da. Und schaut auf jeden Fall bei Maxify vorbei. Denn der Boy lädt immer noch regelmäßig Fortnite hoch. Was ich extrem stark finde. Was ich... Was ich geil finde. Regelmäßig, ja. Ja, gut. Also, er macht auch manchmal Videos, Leute. Wenn ihr manchmal ein Video von Maxify sehen wollt, abonniert ihn auf jeden Fall. Lasst da gerne einen Daumen nach oben da. Und, ja, Mann, ich würde sagen, wir sind raus an der Stelle. Maxify, noch irgendwelche letzten Worte, bevor wir das Video hier beenden. Äh... Genug Wasser trinken. Genau. Trink viel Wasser und Cradle account Maxify. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bye, bye. Tschüss.